Leute, der Kampf zwischen den Bullen und den Bären hier auf den Kryptomärkten geht in die nächste Runde, speziell hier in Bitcoin und Ethereum. Wir sehen es, der Markt hat aus unserem bullischen Korrekturlevel hier in Türkis reagiert, konnte sogar den Widerstand nochmal antesten und überwinden, der jetzt als Support dienen sollte. Von daher nehmen wir Step by Step Bitcoin und Ethereum jetzt nochmal auseinander gucken, wo liegen die Kräfte, wer hat die Nase vorn, die Bullen oder die Bären und wo geht es als nächstes höchstwahrscheinlich hin. Darüber hinaus sprechen wir über ETH BTC, ein sehr interessanter Chart für alle ETH BTC Trader. Warum? Wir sind bereits im Trade, nichtsdestotrotz bietet sich jetzt ein sehr interessanter Re-Entry, darüber sprechen wir auch und von daher lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir geben heute wieder Gas, let's get started. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Update Video auf der Kryptowallstreet, dein Kanal für brandaktuelle Analysen und News zu Bitcoin, Ethereum und Co. Mein Name ist Mo, freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wir sehen es auf Anhieb, Freunde. Es gab einen kleinen Bounceback in den letzten 24 Stunden. Bitcoin und Ethereum konnten Boden wieder gut machen. Die Seitwärtsphase geht trotzdem weiter, die Bullen und Bären kämpfen. Wir sehen es, Bitcoin mit knapp 4% Gain, Ethereum mit knapp 4,5% Gain. Gewinner der letzten 24 Stunden außer Top 10, definitiv Cardano. Warum? 11,3% Gain plus ein Retest der All-Time-Highs. Darüber hinaus sehen wir sehr, sehr gute Werte. Es gab, wie gesagt, einen kleinen Bounceback Internet-Computer hier in der Top 17 mit 17,5% Gain. Definitiv der Gewinner der letzten 24 Stunden. Und von daher, wir haben viel zu besprechen, Freunde. Wir nehmen Step-by-Step die Charts auseinander, gucken uns an, hey, wo liegen aktuell die Kräfte, wer hat die Nase vorn. Und von daher, wenn dir diese Analysen auf diesem Kanal gefallen, smash the Like-Button, fördert den Algorithmus, lass ein Abo da. Wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen und ganz, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Updates mehr verpasst. Und von daher, lasst uns direkt in die Charts reingehen, Freunde. Starten wir direkt rein mit den Bitcoin, Freunde. Und eins möchte ich vorab noch gesagt haben, ganz, ganz viele empfinden solche Seitwärtsphasen als sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr zäh und langweilig. Nichtsdestotrotz präferiere ich solche Seitwärtsphasen immer wieder. Warum? Weil man da wirklich sein Skillset von der technischen Analyse an den Tag legen kann. Hey, hier kann man wirklich beweisen, wie sehr man Strukturverständnis für den Markt aufgebaut hat. Und das ganz, ganz Wichtigste ist eben dieses Strukturverständnis. Und deswegen lasst uns jetzt hier Step by Step nochmal die Geschehnisse Revue passieren lassen. Was ist, sage ich mal, übergeordnet passiert? Was ist primär passiert? Und wo ist jetzt letzten Endes, sage ich mal, der Druck? Wo ist dieser Kauf- oder Verkaufsdruck aktuell? Und wer hat die Nase vorn? Wir gehen das jetzt wirklich nochmal ausführlich Step by Step durch, Freunde, damit jeder hier wirklich einen Mehrwert von diesem Video mitnehmen kann, um wirklich sein Strukturverständnis in den Märkten zu verbessern. Ich habe deswegen nochmal einen Blankochart aufgesetzt. Wir sehen es, hey, es gab diese unkorrigierte Aufwärtsbewegung. Massiver Bullrun. Es ist natürlich riesiges Korrekturpotenzial vorhanden. Und dieses Korrekturpotenzial nach dieser Aufwärtsbewegung liegt immer in unserem bullischen Korrekturlevel zwischen der 50er-Level und 66,7er-Level. Zeichne ich jetzt noch nicht ein, einfach nur dieses Strukturverständnis zu haben. Das heißt, wir haben einen massiven Uprun gehabt. Wir haben gewisses Korrekturpotenzial. Wie kann so eine Korrektur erfolgen? Genauso wie es in Strukturen erfolgt, so ein Uprun in Form von bullischen Sequenzen, bullischen wellenförmigen Bewegungen, kommt es eben dann auch zu einer Korrektur bis in unseren Korrekturbereich mit einer bärischen Sequenz. Und diese bärische Sequenz haben wir hier oben gesehen. Vor allen Dingen, was haben wir hier oben noch gesehen? Ich sehe es direkt. Wir haben hier eine bärische Divergenz gebildet. Während wir Higher Highs immer wieder im Chart gebildet haben, haben wir hier Lower Highs gebildet. Eine bärische Divergenz entstand, ist immer ein Anzeichen dafür, dass es eben zu einem Trendumkehr kommt. Dann kam es letzten Endes nach diesem neuen Higher Highs zu einem Lower Low, was gebildet worden ist. Auch ein weiteres Anzeichen für einen Trendwechsel. Und letztendlich ist der Markt dann auch hier aus unserem Korrekturlevel heraus reagiert. Hat nach unten gezogen, hat eine wunderschöne bärische Struktur entwickelt, hat diese Sequenz-Ziellevel auch wunderschön abgearbeitet. Plus, die Bären hatten ihre Ziellevel in Form dieser bärischen Sequenz mit Zielleveln. Ich blende gleich die ganzen Zeichnungen ein. Wir gehen jetzt hier wirklich nur Step by Step. Man braucht diese ganzen Zeichnungen nicht, sage ich euch. Man muss einfach sein Auge schulen und in der Praxis immer wieder arbeiten. Und von daher blende ich es gleich ein, aber wir gehen nochmal Step by Step darauf ein. Das heißt, Bären haben ihre Ziellevel erreicht. Die Bullen hatten zeitgleich das Ziel, hey, der Markt war hier oben zu unattraktiv zu kaufen. Natürlich, 64.000 ist weitaus unattraktiver als zum Beispiel die 30.000er Zone. Und von daher hatten die Bullen das Ziel, letztendlich den Markt erstmal wieder in einen attraktiven Kaufbereich hereinfallen zu lassen. Und dieser attraktive Kaufbereich, der wurde in Form dieser bärischen Sequenz erreicht. Wunderschöne Überschneidungsbereiche. Wenn das passiert, ist es immer ein wunderschöner Bereich, um dieses Ding letzten Endes zu traden. Und dann, was hat der Markt gemacht? Ich blende gleich die Zeichnung ein. Wir haben eine wunderschöne Seitwärtsphase gesehen. Wir haben gewisse Stabilität im Markt aufgebaut. Natürlich brauchen wir auch diese Stabilität. Hey, das ist eigentlich wie der schiefe Turm von Pisa hier, der hochgezogen ist, liegt in Schieflage, crasht zusammen. Und natürlich braucht man immer, um ein stabiles Haus auf etwas zu bauen, braucht man ein stabiles Fundament. Und dieses stabile Fundament wurde hier eben in dieser Zone zwischen 30.000 und 40.000 gebildet. Um letzten Endes nächsthöhere Level wieder anzulaufen. Und jetzt blende ich es euch einmal ein. So sieht es dann letzten Endes aus, wenn man das Ganze dann eben einzeichnet. Einfach nur, sage ich mal, visualisiert. Nichtsdestotrotz braucht man diese Visualisierung nicht. Klar, man hat direkt einen schönen Überblick. Aber es beginnt letzten Endes alles im Chart hier oben. Man sieht, was passiert ist. Okay, wir befinden uns hier eben in unserem attraktiven Kaufbereich. Das Ziellevel der Bären wurden angelaufen. Und von da hat der Markt letzten Endes die ersten bullischen Strukturen gebildet. In Form einer bullischen Sequenz. Wir sehen es. Hey, Erwartungshaltung war sehr, sehr stabiles Konstrukt. Darf überextendieren. Plus, wir haben natürlich, nachdem so eine Sequenz gefinished worden ist, haben wir auch hier erstmal wieder ein Potenzial eines Gesamtkorrekturlevels, was der Markt anlaufen darf und sollte, um letzten Endes hier in diesem Fall für die Bären neuen Verkaufsdruck aufzubauen, neue Verkäufer in den Markt zu locken. Denn auch hier ist das Prinzip das gleiche, wie ich es hier oben gesagt habe. Hier unten ist natürlich sehr, sehr unattraktiv für die Verkäufer, den Markt zu verkaufen. Es müssen attraktivere Preislevel angelaufen aus Verkäufer-Sicht. Und hier oben sind sie letzten Endes bei 50.000 wieder attraktiv genug. Was wir letzten Endes sehen, indem der Markt hier oben sich schwer tut, nächsthöhere Ziellevel zu erreichen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Seitwärtsphase. Der Markt hat diese bullische Sequenz aktiviert, hat sie gefinished und befindet sich jetzt auch in unserem ersten oder übergeordneten Potenzial des Korrekturlevels. Und deswegen nehmen wir jetzt Step by Step auch diese Strukturen hier nochmal auseinander. Ganz witzig, Uncut-Video. Hey, es ist alles ohne Schnitt gerade. Wir gehen Step by Step weiter hier in die untergeordneten Strukturen. Wir sehen, hey, der Markt hat hier einen Trendkanal, eine Aufwärtsbewegung weiter eingeleitet, befindet sich aktuell wieder in diesem Trendkanal. Er hat immer wieder respektiert und er hat hier letzten Endes im gestrigen Video, hatten wir darüber gesprochen, hat ihn nochmal angetestet, diesen Trendkanal und hat ihn letzten Endes gebrochen. Darüber hinaus, man startet natürlich auch immer in untergeordneten Strukturen, um letzten Endes zu gucken, hey, bildet sich hier vielleicht was Bärisches aus, unserem bärischen übergeordneten Level. Hey, übergeordnet befinden wir uns in diesem Verkaufsbereich. Von daher ist es natürlich interessanter, jetzt erstmal nach Verkaufsstrukturen zu suchen als Verkaufsstrukturen. Denn auch hier gilt wieder das Prinzip, 50.000 ist natürlich weitaus unattraktiver als jetzt zum Beispiel unser nächstes Korrekturlevel hier bei 40.000. Deswegen schauen wir uns hier oben die Strukturen an und wir hatten auch darüber gesprochen in den letzten Videos. Wenn du es noch nicht gesehen hast, guck sie dir da gerne an. Wir hatten hier diese bärische Sequenz aktiviert und auch fast gefinisht. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier in Bitcoin immer wieder aus unserem bullischen Korrekturlevel reagiert. Von daher habe ich gesagt, hey, hier könnte es erstmal wieder zu einer Reaktion kommen. Ist so passiert. Natürlich hatten wir hier auch diese interne Sequenz. Da besteht erstmal wiederum das Korrekturpotenzial bis in unser Gesamtkorrekturlevel, diese abgearbeiteten Sequenz. Und dann haben die Bären hier wieder das Ruder übernommen. Das heißt, wir haben die bärischen Ziellevel wieder erreicht. Auch hier war zeitgleich ein Bullen Ziellevel, nämlich das entgegengesetzte Korrekturlevel in Turquies. Der Markt ist rausgestartet und hier haben wieder die Bären das Ruder übernommen. Das heißt, ihr seht, hey, wir hangeln uns im Markt immer von Struktur zu Struktur und immer von Wendebereich zu Wendebereich. So, Bären haben das Ruder übernommen. Plus, wir haben eine Reaktion erstmal von unserem Support gesehen. Und gestern oder vorgestern im Video standen wir in diesem Bereich hier. Vorgestern war es, sorry. Und ich hatte gesagt, hey, laufen wir diesen nochmal an, kann es hier definitiv zu einem Bruch dieses Supports kommen. Wir sehen nochmal einen Anlauf unseres nächsten Kaufbereiches, die nächsten Level hier im Kaufbereich. Darüber hinaus hat aber der Markt mit diesem neuen Lower Low, was er gebildet hat, im Vergleich zu dem, eine nächstgrößte Struktur aktiviert. Nämlich diese bärische hier in orange mit den Zielleveln hier unten. Zeitgleich haben wir hier aber auch nochmal Stabilität aufgebaut. Und in diesem Fall sind es für mich eher bullische Stabilitätsstrukturen als bärische. Das heißt, wir haben hier weiterhin in unserem Kaufbereich Türkis verharrt, haben stabilisiert, haben eben diese Power, diese Kaufkraft wieder entwickeln können, um nochmal den nächsten Upmove zu starten. Hey, hier war es jetzt erstmal ein Widerstand. Hat auch erstmal als Widerstand fungiert. Nichtsdestotrotz wurde er gebrochen. Das heißt, ein weiteres Indiz, hey, bullische Kraft, weitere bullische Kraft. Und jetzt ist es auch hier wirklich entscheidend, der letzte bärische Bereich hier in dieser Struktur ist für mich wiederum das Gesamtkorrekturlevel. Hatte ich auch gestern drüber gesprochen, eine ganz knappe Sequenzaktivierung ist die Sequenz immer in Gefahr. Wir nehmen nochmal das Gesamtkorrekturlevel, wo er sich aktuell drin befindet, hier in orange. Von daher hat sich das Bild aus vorheriger bärischer Kraft mit einem, sage ich mal, Reaktion aus unserem Wendebereich hier oben und dem neuen Lower Low, hat sich, sage ich mal, eine Kräfteumverteilung stattgefunden. Das heißt, hier haben die Bullen wieder Kräfte sammeln können und den Markt nach oben drücken können. Kräfteumverteilung, Strukturverständnis, Freunde. Von daher, wir befinden uns jetzt hier in diesem bärischen Korrekturlevel, was das letzte Level aus Bärensicht aktuell für mich ist, was halten muss, um den bärischen Fahrplan nicht zu gefährden, damit der Markt weiter nach unten korrigiert. Aber wir haben jetzt hier erstmal die Bestätigung aus unserem bullischen Korrekturlevel, wir haben die Bestätigung des Bruchs unseres vorherigen Supports, der hier als Support immer wieder fungierte, dann gebrochen wurde, Widerstand, jetzt als Widerstand diente, wieder gebrochen, Support. So, das ist aktuell das Chartbild zu Bitcoin. Von daher, Freunde, ist ganz, ganz wichtig, was jetzt hier in diesem Level passiert. Brechen wir dieses Level nach oben, brechen wir letzten Endes auch dieses High, bilden wir ein High, High, ist der, sag ich mal, haben die Bullen erstmal das Rad, das Lenkrad wieder in der Hand. Und von daher müssen wir jetzt auch hier ganz normal abwarten. Hey, es ist, hatte ich gesagt, für den einen oder anderen ein zähes Game, ein zähes Spiel. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier wirklich, hey, wer hat das Auge für den Markt, wer hat das Marktverstandnis, wer hat das Strukturverständnis und kann letzten Endes differenziert betrachten, wer aktuell, sag ich mal, die Power hat. In Anbetracht der Zeit und der Länge des Videos würde ich vorschlagen, Freunde, dass ich dieses Video heute splitte, das heißt, es wird gleich einen weiteren Upload geben zu Ethereum und zu unserem ETH BTC Trade, der aktuell läuft und weiteren interessanten Chartbildern. Ich wollte es einfach mal Step by Step mit euch durchgehen, damit jeder hier versteht, wie ich hier vorgehe auf diesem Kanal, wie ich meine Analysen fahre und damit jeder eben dieses gewisse Verständnis aufbaut. Und von daher, wenn dir dieses detaillierte Video heute gefallen hat, wie ich hier vorgehe an den Charts, smash the Like Button, lass ein Like da, abonniere diesen Kanal. Wir wachsen täglich, das Ziel ist, die größte deutschsprachige Trading, Krypto Trading Community zu werden, die es hier gibt auf YouTube. Und von daher brauche ich eure Unterstützung, schaffen wir nur gemeinsam. Und daher aktiviere auch diese Glocke, damit du keine wichtigen Updates und Analysen, Trade Ideen hier mehr verpasst. Und von daher sehen wir uns gleich in dem nächsten Video wieder, Freunde. Und ich wünsche euch erstmal bis dahin einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende. Ciao.